noch gar keine da braucht man eine kiste dann machen wir ganz links ja ja mach ruhig dann kann ich direkt nicht als nächstes schon was drin eigentlich habe eine neue ganz links ach so weil ich habe mich auch diese werkzeuge grad die trägt ist auch werkzeug ja okay wenn dann erstmal eine grundordnung drin ist dann läuft es auch besser werkzeugteile auch denke ich mal unten oder ja die waffen stahl werkzeugteile haben wir sogar schon gut ich kann ich mal machen ja so hier ist alles munition wo packen wir bots rein hast doch habe ich schon recht ach ja richtig so war ich ja dann bin ich auf die farbe damit rein oder meises gewachsen aber noch nicht ganz nehme ich mal von hier noch alles raus was da war nicht rein gehört halt das gehört da rein eine kiste für zubehörung ja ich hätte noch gerne kiste für wasser und medikamente und sowas wasser und medikamente sind erst mal beim essen mit drin hier sind noch zwei könnte ich auch gleich tauschen wir fahren hier medikamente ganz recht ich packe links gerade in die linke von den wasser und sowas jetzt haben wir schon echt viel getränke und essen machen wir auch mal eine neue habe ich schon getauscht bin ich scheiße werkzeuge waren hier ganz da ist noch kleidung jetzt finde ich die bot wieder nicht mehr kleidung hast du das essen rausgepackt da geht das jetzt hier mit drin ok edikamente daneben und hier ist hier ist basteln ja später muss ich das auf jeden fall noch ändern wohlstoffe machen wir auch was waren die bastelkiste dann machen wir später was ach ein verband stoppt jetzt bloß noch blutung sonst macht er gar nichts mehr was rechts daneben sind werkstoffe wo ist die werkstoffe drin rechten kiste ok da kann ich das ganze leder und sowas reinpacken endlich weil davon habe ich am meisten von diesen werkstoffen die dose packe ich da auch mit rein reparatur kids gibt es wieder übrigens ich weiß rei ballen besonders wichtig obwohl ich ja wir müssen das alles nach und nach ein bisschen erst mal grob das reicht ja ja los plündern geht gleich los bin gleich soweit hast du genug zu essen ach da kommt die werkzeugteile reins habe ich das darüber hingeschmissen sehen wir mal der hälfte ja nee nee ich habe es gerade ich habe gerade die teile für zeug gemeint eigentlich hatte ich alles schnell da rein und liegt in der strom was machen wir bauplänen macht ihr auch erstmal bei mit rein ok gehe ruhig vor ich komme gleich nach immer noch was zu essen und dann es ist wirklich nicht viel habe ich aber auch noch holz ja gut ich habe noch soll ich nehme das ding damit die rohrzange vielleicht bin ich ein auto was ich vernichten kann das lohnt sich noch nicht vielleicht will ich ja trotzdem vernichten ok mineralwasser kaputzen das war es hier wäre es wenig oder was ist das ein holzfelder betrieb hier liegt einer oder überfahren lebt ihr das ist ein leiche gerade die trat kann man immer gebrauchen da ist eine menge drin ich habe bloß noch vier sachen zum zu ich habe das auch viel solche blogs zum zerlegen sehe ich gerade wer hat mal fünf also kann ich mal fünf sachen gleichzeitig zu legen hier kannst du viel schneller stein sammeln sehe ich gerade stein kiste ja warum spielt black dragon jetzt shakes and fidget vielleicht macht er ist er gerade heimgekommen macht das noch schnell und dann kommt er wahrscheinlich an aber so kann ich komme ich schneller an die steine als wenn wir dich wenn wir die sachen kaput hauen was und kann sie schneller fliehen was bringt das pflastersteine kann ich auch gebrauchen sagt wenn du hilfe brauchst doch geht da ist die donna büchse von uns oh ja das bringt auch nicht erfahrung sie ich gerade es gibt so nicht da rennt da rennt hat er weiter weiter jeder läuft ganz normal gerade er sagt er ist ein freundlicher village people ich habe noch frügel peter gespielt aber ich habe den ausdauer moment auch nicht kommt wieder zu mir wenn es probleme gibt tatsächlich habe ich gerade weniger schaden gekriegt vielleicht ein bisschen mehr kleidung an habe tatsächlich ich glaube ich war so viel ja aber im gegensatz zu anfangs ist das schon deutlich besser es war jetzt 27 in etwa das ist deutlich besser als 50 vor allem weil das halt ewig dauert bis du heils anfangs aber auch mit den speck und eiern hält man jetzt gar nicht so schlecht was war noch kurz was testen wie viel das bringt ach interessant wenn ich ein baum vor klopfer bringe ich nicht viel aber wenn ich ein baum stamm zerstöre bringt das gar nichts wie cool dieses ding hier ist ich kann da nicht hoch springen dieser greifer das ist schon ein kaffee viel ausdauer braucht den springen wenn sie nicht eine toilette eine leite die trinken auch kein kabel vielleicht auch gerne vielleicht bringen sie doch noch war das bei dir oder bei mir ich glaube hier gerade erst bei mir hat dies eingesperrt das ist meine sie ist hochgesprungen die kuh ich habe süge peter gespielt ich habe den schäle weggeschlagen das geht auf jeden fall immer noch gedacht hier ist was drunter ich habe arme laster gefunden endlich eisenwerkzeug haben ein knochenmesser level zwei ist da drin und schlagring teile okay das ist wirklich überhaupt nicht bringt sie rennt sterben das haut wirklich ewig also ich komme ist ja echt brutal gerade ruhig nach in der zeit und ich habe ein level ab worin investiere ich das am besten ach hallo zum bieb gehen wir auf stärke jetzt ein klein bisschen sehr cool jetzt bin ich mächtig ich glaube ich bleibe bei dir was schlimmes passiert der verrottete müll sieht fast aus wie also was los die schlagen mich alle ich habe leider nichts zum heilen für dich ich habe einen ersten hilfe verband auch nichts mehr doch hier hinten ist eine tür ich glaube ich gehe einfach mal vor ok eigentlich halt zwei schläge aus ist das eine radkappenmine da ich habe mich weiter von fern einfach ok steckt drin ja ich würde mich trotzdem davon fern halten scheint nichts zu sein weiter ok eine leere ich höre aber jemanden irgendwo kommt zu haben wie ich noch besser als sie die ich habe oder ich habe noch gar keine gehabt oder ist da hinten so gerade über die bühne garante die ich habe vorbeigelaufen tatsächlich das war ich glaube ich ja hast du schon auf frügelpeter gespielt wird euch noch gar nichts solltest du mal machen war kannst du lesen handgriff ist für was freu jetzt gott ordentlich runter was regen oder was ja ja halte ich würde denken ich möchte ich dass wir beide drauf gehen deswegen noch sollte ich nicht vorgehen hier ist nichts mehr besorgt anderen seite weiter wo ich vorhin war aber ich habe ja scheiße wenn er repariert werden muss mit dem kampf ja das blöd ich sag mal kann ich denke ich denke okay da habe ich schon geplündert gucken wir hier rein hier kann was zu essen finden was bringt mineral was eigentlich durchfall heilen und verstärkt verdauung und ein heims was machst du da was ich guck hatte ich erwischt ja der doch gar nicht geschlagen deswegen sarja was glaube wir könnten hier essen finden guck mal da oben steht kochtopf guck mal in dem nächsten raum kann ich kochen hier ist auf jeden fall jemand hey das ist die aus dem anfangs bild die rennt lass ich mal kurz meine ausdauer holen ok ah danke liebe tür ok da brauchen weiße munition aber keine waffe wir haben der pistole ja ne leiden so die ich nicht reparieren kann ja ich habe vielleicht mit reparatur kids die ich gefunden habe ich habe zwei erst hilfekästen wir würden warte mal mehr nehmen ein ja 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 ich kann mal so die hoffen sind echt neu was ist das denn ähnliche also leichter sind deutlich zugelegt weil sachen die es gibt oder thema thema stelle es abgestaltenes wasser schön also es gibt es verschiedene leichen ist schon aufgefallen jetzt ja also der jetzt war gerade ganz gut abgekaut vorräte und 2 mat ja besser wenig ach so das war eine mod für den bauchler lenker ich dachte ich habe gerade länger gekriegt ja das habe ich jetzt vollständen und dem stapel hier kriegst du gut in diese baseball mit zu können ich keine bot reinpackt scheiße egal die ich auf jeden fall besser von welchem stapel von diesen holz stapeln ja ja ich weiß die auch eigentlich die paletten nicht das ist auch nicht so wirklich dringend warst du schon da oben das ist wasserturm oder das munition drin was ich komme zwei position es gibt auch größere munitionshaufen ich habe endlich also munition mitgenommen ich bin überlastet jetzt brauchen man nur noch warten die schroth finde wenn ich schlecht darf aber schon sehr viel gefunden klapp hier drin könnte man noch sehr viel finden das glaube ich jetzt nicht auf das geht schneller kannst du noch was für mein inventar nämlich für die überlastet das will ich nicht auch schon einmal überladen wir können jetzt zusammenschmeißen ja ich kann das mineral wasser geben normal wasser hast du knochen und nitrat nitrat habe ich hier leder kann ich dir geben kann mir vielleicht hast du bestimmt auch ja ich glaube es reicht ich trinke mal das wasser hier weg plastikteile habe ich die spulver kann es mir geben das reicht schon jetzt bin ich überladen wir können auch noch was geben das nicht aufnehmen die farbe kann ich doch wegschmeißen oder was geht trinkt man noch was hauptsache ich bin gestärkt für meine nächste stand hat du nägel so zwei gegner bei mir hatte ich getroffen da habe ich ja richtig gemacht hat mich jetzt im fall gewöhnt habe ich muss auch was ich habe ich bin doch das war doch der er sieht aus wie dr kb trash hier so ein bisschen denn unser sind viele jeder sagen wir eigentlich alle aber ist meine sache weil ich will ich nicht das stürme in meinem holz habe ich habe ich habe ich habe echt vergessen wie geil ich hätte wenn eigentlich ist weil als gegen betrashin gekämpft aber der da nimmt die gar nicht ernst du bist doch nur ein kleines weinendes baby ich bin der todesbote nein du bist ein kleines weinendes baby ich bin auch viel schneller durch das spiel durchgekommen als ich dachte aber noch mal verkopfte bandet also die stimme von annibald lector nicht das war dr kb trash in den hat er getrollt bis zum geht nicht das problem ist immer ich höre stimmen ich höre die stimme aber ich kann die immer nicht zuordnen so mindestens ein grundsprecher von annibald oder hat mir ganz schön gegeben ja ich könnte was zu essen vertragen oder hier so ein paar smarties verachte ich nicht auch jemand angeschissen ich guck mal oben hier oben liegt noch eine leiche freeman war noch mehr pinkeller ja wo sie ist verlegt aber okay ach da ist ja noch jemand das auch zu schlagen oder da kommt noch ein halber ich werde vom halben verprügelt ich habe keine außer jetzt kommt der zweite auch noch renn runter renn runter runter ja genau ich habe keine außer mehr gehabt ich stehe vorne ich halte ein bisschen mehr aus grad noch als du der halber hat so gegeben ja gerade wenn du in irgendwie wenn du irgendwo fest hängst dann kriege ich richtig ich bin infiziert ach da ist tot hat er lebt noch jetzt von effekt hier das ist eine säge maschine was ist das und da kannst du hast du ja ich kann ich habe was was schöpfen zu null prozent teilt okay das ist gut ja der ganze 0 prozent heilung ach du meine güte kannst du helfen wenn du Zeit hast das schöne ist wenn es jetzt immer wieder regnet muss ich nicht ließen der stein hat das tausend zu aber hier immer metall war okay scheiße ist das büttel metall das geht wirklich schneller das kriegt mehr schaden aber nein ich bin lustig ich muss festigkeit trinken irgendwie ist ja noch einer brauchst du was zum heilen freeman ich erhol mich ja weil du sie also auf der anzeige sie ist das immer schwer zu abzuschätzen da siehst du mich irgendwie richtig angeschlagen aus was ist das denn da hinter dir ich komme herkomme herkomme her das ist ja drei die suche sich schon an der weg sonst aussieht siehst du das echt schlauer geworden mach die tor die machen die kisten kaputt ich habe doch gerade erst was getrunken aber wir haben auch die schmerztabletten in einem bis das nicht willst du mich verraten hat mich doch gar nicht geschlagen der antritt auch noch sobald es kaputt war sind sie zu uns gekommen als gemerkt ich habe keine ausdauer das ist jetzt der zuck bei mir hier was ist los mit dir auch danke ein stein haben wir im rücken ja auch okay kann ich zuschlagen weil ich keine ausdauer habe da würde ich verrecken weil jetzt das nicht wenn ich noch was zu trinken könnte ich was haben auch mal dass ein vorräter habe ich selber herausgefunden hat ich weiß ich war es ganz alleine weil ich glaube das abgeranzte wasser will ich nicht unbedingt trinken wo ich könnte den donnerwüchse gehen ja war cool eine mittlere nahrung roter tee und dosen lachs ich habe keinen platz dann nehme ich das mit das oben auch nicht okay eine chemik ist so cool da müsst ihr essen das und sein vorhin als chem sandwich ja geil was ist das hier eigentlich was bringt das das hier 8 papier ich dachte ich habe ihr gedacht das plastik das sieht nämlich aus wie sonnen das ist ja auch papier immer noch oder das hier bringt die artilene so eine kiste toll die toilette ich muss jetzt in der base ich bin total ich habe noch eine pistole gefunden level 1 aber ich habe sie gefunden gut für die not reist ja eben das was ich gehört habe so lange der nicht hier ist mir das egal aber ich werde sein wird macht nicht viel schaden da kommen sie die sind direkt über mir da kommt da kann ich richtig weg dann hatte sie und was verschwinde ich habe ihn nicht ich habe ihn freeman zerlegt ihn scheiße ist doch noch immer ja auch irgendwas ich muss mir kurz heilen wenn ich mich gleich tot wenn es wieder mit ihm ist egal das kann ich aber ein anderer auch töten kann nichts töten ich bin lahm wie eine krücke okay wie ist der ja reingekommen überhaupt ja das meine ich ja die können mittlerweile guten gebäude sehen auch nicht da die bringt echt unglaublich viel vier leben dieser erstniffel dinger okay ich habe den zweiten aber ich habe es jetzt auch nur gemacht weil ich noch 81 leben übrig habe was mir jetzt gleich gegeben wird ich habe noch 40 ja die erste koffer sind für uns aktuell noch so was für mich neunfalls überladen ich muss auch ein ja ich guck mal was da oben ist ich mir echt für notfall aufheben ich werde hier oben finde ich was ganz tolles das wird es aufgekloppt mit der flanken hand wenn es sein muss ich kann eigentlich die knochen klinge zu legen die level 1 oder drei knochen kriege ich aus statt fünf also kriegst ungefähr 50 prozent immer da habe ich wenigstens einmal überladung weniger bist du schon in der bad ist nö ich schleiche zu lang hin aber ich bin gleich da wir müssen langsam mal wieder gucken wir haben nicht mehr so viel essen nein das ist doch noch einmal stecken oder oben ist noch eine kiste coolen hoch oben da komme ich an die kiste ran von dadurch ich doch das bricht durch eine versandkiste das wäre perfekte blutmund hier oben wenn ich ehrlich bin wir brauchen zum blutmund da ist eisen und kettenteile jetzt bin ich zehnfach überladen vielen herzlichen dank jetzt bin ich so richtig lahm aber das könnte man tatsächlich verwenden ja zumindest dieses eine gebäude in zeit soll haxe die haxe die treppe weg und wir müssen ja eigentlich primär durchhalten für den anfang weil zombies zu töten da bei dir ist nun glaube ich klappt hätten läuft nun trete ich warum kommst du daran im buch verschwunden immer diese buchschüler müssen um uns rundherum das ganze zeug vernichten es ist weg müssen alle vernichten schwarzer wald war schön ja aber du können wir sich bitte um ihn gibt es mehrere wachstumsstufen bei dem getrag gab es ja auch schon vorher so munition oh ja wir haben schon über 150 schuss für die schrotflinte bräuchten bloß endlich mal eine ja 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 Vielen Dank.